Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, es ist heute gerade kein Schnuff, bei dem Fabi. Fabi ist immer noch am Pflanzen, also Dings spritzen. Und ich fange an, das hier lässt man schauen. Da schreibe ich mir mal kurz einen kleinen Fend. Warten, ist doch klein. Nee, nee. Muss das sein. Auch weil er schön wendig ist. Aber nee, nee. Ja. Der packt den anderen da gar nicht. Ja, da wäre es eben noch so ein bisschen. Also in echt würde er nicht packen. Ich auch noch. Weil, du sollst scheitern, weil dafür halt keine Luftdruckkarte. Äh, das würde ich nicht mal sagen. Doch. Ja, das wäre aber anspruchsvoll. Aber da würde ich jetzt in echt Luftdruckkarte haben. Hat der auch Luftdruck. Du bist ja schon beim letztenfeld. Ich bin schon etwas, kann ich dir sprechen. Ich bin eigentlich schon beim letzten Feld. Was ist denn jetzt kaputt? Ja, ich ne. So, sind wir zurück. Falls bei mir was brumm hört, fyrir ich von ihm. Hörst du das, Fabi? Gut. Ach, schalte ich nicht. Du dann an Schiffsfresserei immer. Ja. Was denn? Was? Ey, der Manitore schaukelt aber ein bisschen. Also, der ist voll ausgefahren, der Arm. Hä? Was ist denn jetzt los? Ach, Mann. Komm, bock mir her. So, sind wir zurück. Chiroc? Chiroc und Tilefiche. Ich hab jetzt wieder raus, wie der Anhänger verflucht. Über welche Abkippe fliege ich raus? Ich hab zweimal beim Anhänger abgeküpft, fliege ich raus. Ich spiele es vorhin schon wieder. Mh, komm. Steht was am Hof. Du sagst, es verbraucht nichts. Du sagst, es verbraucht nichts, gell? Junge. Junge, noch lauter draußen. Ja. Warte grad sagen, kannst ja schon mal spulen. Da kannst du gleich umfüllen auf Dinger. Du weißt wieso. Du weißt den Nummer denn, oder nicht? Ach so. Ja, der ist aber leer. Jetzt musst du zum Händler fahren. Oder haben wir hier noch was? Was? Das ist aber so schlimm, ja. Voll unrealistisch, ja. Doch. Ja. Ja. Alter. Was denn? Ja. Ja, ich hab da. Ich hab da. Mhm. Äh. 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 Ja, da kommt ein hinteres Hilo rein, oder? Nicht vorne, oder? Wo der Monitur standen, oder? Nee, das war nicht. Hinter der Kuh, hinter der Kühe. Ja, noch? Ich hab da. Ja, noch? Nochmal. Glaub ich. Okay. Passt. Ist nicht mein Bulldogger. Ja, ich muss ja nicht rumgekommen. Oh Gott. Good night. Und. Wie ein Sonntag. Kannst schlafen gehen. Äh. Und die Tiere. He. He. Kühlen schon rot. Gut, geil. Eher 1 an. Nuch mal, bangst. Und. Ähm. wasser und strom aber der strom ja trotzdem schoße easy-beasy ja die ist voll dann holen wir es heißt doch die wolle ist voll du feilen er wird das was ein tele-lader klausse eiskalt einfach so ein tele-lader es war vor sparen oh gott oh, das hat er gesehen ja ja und das war nicht tschüss, ich wollte gerschen gerschen geht vor, ja nö, das, ich schaue, guck mal was, bei den, bei den kühnen klar geht das du bist ein Alice Noob ich weiß aber, woran es kommt, gell das habe ich eigentlich schon reingeschrieben nein, eigentlich schon nicht merkt man dann muss er erst mal wissen, dass er das da nichts da rein müsste helder wenn so ein Pferd bezahlt 5 oder oh, ich werde schon mal ein bisschen gewinnen nein hm äh, Fabi, kannst du mal kurz bitte den Schnappdack rausziehen ein bisschen, bis ich rankomme du bist eh gar nicht nur am Teele, leider ja na, gib ein bisschen Gas hab den ganzen Tag Zeit ich bin schon da okay, lauter Hubel nur ein bisschen rausziehen am besten am besten nicht so, dass es runterfällt ja, gleich fällt es von mir runter passt ja, was geht denn die denn schon äh, das glaube ich eben nicht äh, das ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist ähm hm hm du sagst Ente, gell? ach so wie lange haben wir denn noch? 2 ach schon so, drasche an und ah, wir haben HV, angestellt, ok ja 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 das ist, äh Haufen und Weizen haben wir glaube ich auch äh ja, das war 16 mit den Hülern schon hm 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 faggis wie soll man ganzes Falt angeseitert, wenn wir immer immer so ein kleines Flexium brauchen Stimmt, ja, ne, ja, und wie willst du mit dem Drescher da reinkommen? Ja, das ist ein Problem, also da ist kein Problem. Ja, stimmt, dann wird's auch mitmachen. Also das rechte Stück, oder wo das, oder? Achso, da ist, da wo die Pferde drin stehen, in dem Bereich. Achso, ja. Ich denke schon, ist er nur ein bisschen Hafer und Walsen. Ja, der Fendt ist vor allem auch nimmer. Ja, und? Ja, das ist noch ein Schenk, als er eine Beta genommen. Ja, dann weiter. Ja, dann weiter. Ja, dann weiter. Aber Leute, ich sage heute, das war's für dieses Video, wenn es dir gefallen hat, dann lasst uns noch Schrei auf jeden Fall beim Fall vorbei, wir sehen uns mal nix mehr dran, schnitt auch noch, tschau. Ja, tschau. Ja. 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 Ja.